Wir haben den 8. September 2021 und der bärtige Gärtner hat neben den drei Drachycapus Fortunae, zwei zur linken Wagnerianus subspecies, chinesischen Hanfpalmen, hier einmal eine Chamerops humilis, europäische Zwergpalme und hier die zweite, eingepflanzt, kleine, große Containern mit Perlit-Hummus-Gemisch am natürlich perfekten Pflanztag. Es ist Mittwoch, der 8. Jungvertrag, kurz nach Neumund, da Pflanzen ist natürlich optimal. Was sind eure Lieblingspflanzen? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Palmen betreffend, über ein Abo, Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen und euch noch einen schönen Tag.